Naja, das hätte ich ganz von Anfang an gemacht sollen, wenn da von wo noch viele Feinde da waren. Muss irgendein Generator sein, der diesen Schild zerstören lässt, wenn ich den kaputt mache. So kaputt machen kann ich den nicht mit diesem Laser. Ist es das Teil? Ne, die machen mir nur Schaden. Muss ich vielleicht mit dem Laser kaputt, man. Hallo? Und... Samurai kannst! Bam! Was ist denn das in der Mitte? Hey, den kann ich mitnehmen. Wow! Jetzt ist aber gut, wirst du in jedem Kampf willst du? Ich warte, ich hätte das da fallen lassen sollen, dann wird es direkt auf ihn gefallen. Hey du, kannst du mal da durchgehen, für mich. Du Wichser! Jetzt, da kriegst du... Jetzt! Krass! Was zum... Ist aber gut mit euch, chillt doch mal! Habst du denn jedes Wort chillen benutzt? Anscheinend nein. Jetzt ist aber gut hier! Du tötest mich noch! Was zum... Nein! Oh ja, haha! Noch ein... Schaut's euch mal mein Leben an! Alter Schwede! Alter Schwede! Ich bin fast tot! Ich will jetzt auch nicht speichern, weil ich Angst hab, dass ich dann sofort aufgehe. Hä? Was muss ich denn da machen? Ups! Ist kaputt! Was ist denn das für ein starkes... Laser-Dingster? Sofort bei den kleinsten Behörungen ist das verpulvert! Ah, ist da wieder so ein Dingster! Ach, Craftsphäre! Da geht's weiter! Nö! Doch! Nö! Doch! Nö! Aber das muss doch irgendwas machen! Komisch! Ups! War keine Absicht! Hey, ich hab wieder volle Leben! Was kommt denn das? Wahrscheinlich, weil ich die Machtkraftsphäre benutzt hab... Oder gefunden hab und eingesammelt hab! Wo geht's denn da jetzt weiter? Ich hab keine Ahnung! Der Raum ist so groß! Hä? Was ist das? Ach so, ist das... So ein Artefakt oder was? Auf jeden Fall muss ich das was machen! Was gibt's da eigentlich? Ach, das kann man einsammeln! Ach, ich verstehe! Alle Profis haben sich den Arsch aufgelacht! Ups! Und hier jetzt auch! Mal schauen! Geht's hier denn nur weiter? Ne! Pack doch mal dein Schwert weg! Geht das nicht, irgendwie! Naja! Hier geht's! Ne! Der benutzt immer seine Macht! Der hält sein läser Schwert immer hinter seinem Rücken! Ist das nicht gefährlich? Ich meine... Wenn es ihm mal runterfällt, dann hat er eine riesige Narbe in seinem Rücken! Nicht wahr du? Da oben stehende Kugel! Die ich jetzt da runter nehme! Also Leute, ich verstehe jetzt momentan nichts! Bis zum nächsten Part! Willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Force Unleash! Ich bin hier immer noch und hab keine Ahnung wie's da weitergeht! Ab! Und gerade hab ich Schaden gekriegt! Ne Menge sogar! Schnell dadurch! Geh jetzt vielleicht weiter! Naja! Die halten doch! Naja! Jetzt hab ich die Zeit, um mir einen Abend anzuschauen, was die Macht umzubringen! Aber dann wird die Aufnahme beendet! Und dann muss ich das wieder zusammenschneiden! Das mach ich ja jetzt so gerne! Ich hab bis jetzt noch keinen Part hochgeladen! Wofür das... Ich kann nicht da nette durch oder was? Doch! Ich geh mich noch selber, wenn ich da weiter rumlaufe! Hä? Ist da weiter? Nö! Also ich muss irgendwas mit den Laser machen! Einmal Fire! Einmal Laser! Ups! Was sollt damit denn jetzt spielen? Mit Leisern spürt man nicht! Ne! Was? Ich tue jetzt einfach überall rumprobieren! Ja genau so kann man es natürlich auch machen! Die Kugel! Was bringt denn die Kugeln? Mit denen muss man doch irgendwas machen! Was macht dieser Laser da? Und was bringt dir das? Wow! Wo ist denn dieser Generator? Ich musste irgendwas das stören! Das ist klar! Aber wo ist das? Kann ja jetzt irgendwo eine Markierung sein! Was steht da? Ad! Ad! Was heißt Ad auf Deutsch? Ich kann kein Englisch! Noch ein bisschen! Ah kein Englisch! Sehr gut! Äh! Hä? Äh! 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 Da ist es! Nein! Ich weiß nicht! Ich konnte es nicht zu verstehen! So jetzt muss auch raus damit es ist auch ganz sicher kaputt ist! Und das Teil! Auch geht leider nicht! Es ist irgend so ein Energiegenerator! Und weiter geht's! Lass mich mal diesen Laser eiskalt! Und brüssel die Ferne damit ab! Wie den da zum Beispiel! Den da hinten! Seht ihr den? Der merkt nicht einmal dass da was schief läuft! Der steht einfach nur so da! Er ist Rente! Seht ihr das? Der ist da unten am unteren Bildschirmrand! Egal! Egal! Ne! Es ist wieder so ein Nachdenk-Spiel wo man nicht vom Laser erwischt werden darf! Ich geh da rein! Wow! Na schon wieder so toll! Ich hasse euch! Könnt ihr nicht einfach alle die einen Minigern haben einfach grepieren! So wie der hier zum Beispiel! Miliz-Elite! So was gibt's! Ach wie so ein... So einer der sich mit seiner Kanone cool fühlt! Ach geht's von Aya hinauf! Danke! Ach da kann man's verteidigen! Mit der R-Taste! Es ist soweit! Cota ist direkt über euch! Ok! Und ich speichere jetzt! Und weiter geht's! Bei Let's Play Star Wars! The Force Unleashed! Wir sind ja immer noch im ersten Level glaube ich! Kann auch sein dass es ein Gesamtlevel ist! Wo das Spiel alles in einem Level durchgegangen wird! Also durchgezogen wird! Ah! Wie das Sequenz! Oh! He! Ein Junge! Monatelang greife ich Imperialer an und Vader schickt einen Jungen! Oh yeah! Bosskopf! Ja darfst du! Zack zack! Woah! Doch! Woah! Doch! Doch! Was macht der da? Ja! Ach Mensch! General Quota! Ja! 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 Das ist irgend so ein Fehler vom Spiel! Du hast noch viel über die Macht zu lernen! Ich will das nicht du Junge! Ups! Warte warte warte! Ich nehme mir mal das Teil da! Das Haus in seine Fresse! Oh nein! Nein! Ich kann sowas nicht! Das ist voll unfair! Ich kann sowas nicht! Hau ab! Hau ab! Schnauze! Ich spiel ja auch noch auf normal! Ich nehm grad auch ja! 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 Die haben schon fertig gemacht! Ich schicke deine Asche Lord Vader zurück! Ich schicke deine Anrufe zurück! Ich schicke deine Anrufe zurück! Ups! Ach ne! Geht's noch weiter oder was?! Alter ich kann sowas nicht! Ich will auch sowas können! Hau ab! Ah ok, das ist so ein Ausweichspiel Warte, warte ich... Ah, ich wollte ihn doch nehmen! Nein, in der Fresse! Ups Verdammt Nein, lass ihm alle rein Und weiter geht's! Ohohoho, alter Schwede, voll in seinem Rückgrat dieses Metallteil Scheiße, ich boot mal zurück, falls ich das nicht sehen hab, das ist echt geil Ich verträgte ihn mit Ärger, ja stimmt Oh Jetzt bin ich aber wütend Ja Yes Zwing mich nicht dich zu vernichten, Junge Und wieder ausweichen Verdammt 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 Was macht der da? Was machst du da? Sag's mir Was machst du da? Sag's mir Warum verliere ich Leben? Ah, er verliert auch Leben Aber ich verliere dauerhaft Leben So, zack Nein, hör auf, hör auf, hör auf Lass mich hier nur So, friss Woah, scheiße, hat mir das Dämmen gemacht Jetzt sterb ich wahrscheinlich Ja Okay, versuch Nummer 3 Ich will das nicht tun, Junge Dann machst du halt einfach nicht Nur durch dich zu Vader komme, dann soll es so sein Bam, bam, bam Geh dein Lichtschwert weg, Junge Hey geil, das funktioniert sogar einfach Einfach ohne Macht auf den Einbrettern Ich will dich nicht dich zu vernichten, Junge Was zum Ach, nö Was zum Hör auf Nein, die Fresse Ach, nö Nein Lass Britney in Ruhe Warum kriege ich Schaden Achso, anscheinend ist der Boden dann heiß Das ist das Das ist das Das ist das